So, ich habe vor, Brokkolisuppe zu machen, deshalb gucke ich heute hier ein Buch, ich zeig das mal. Das ist ein Le La Rousse de la Cuisine Facile, 500 recettes pour maîtriser les bars. Da kann ich nach wie man Brokkoli macht und ich bin hier angekommen bei Choufleur et Brokkoli. Réussir la Cuisine de Choufleur. Pour le cuisinier, il faut retirer le tournion et les feuilles vert et séparer la tête en bouquet. Also, Stil und grüne Blätter abtreten und dann séparer la tête en bouquet. Le La Rousse de la Cuisine de la Cuisine de la Cuisine de Choufleur. Dann soll das Ganze in saurem Wasser, Essigwasser gewaschen werden, wenn da Insekten oder damit die Insekten rausgehen. Und ich habe es einfach für das fremde, kaltes Wasser gelegt. Le Légume est ensuite blanché dans l'eau bruyante, salée. 8-10 Minuten für die Bouquet de Brokkoli. 10-12 Minuten für die Choufleur. Also, danach lanchieren, 8-10 Minuten für die Suppe. Das ist einfach ein Topf. Also, das ist wassatum. Pour vous assurer de sa cuisin, plantez une pointe de couteau dans une tique. Elle doit pénètre facilement à l'intérieur. Also, mit dem Messer kann man dann gucken, ob es gar ist. Hier haben wir Bigné de Brokkoli. Wieder wird das Ganze 13-14 Minuten gekocht. Ich glaube, ich koche das Ganze, was in Suppe wird und da auch eine Birne dabei ist. Einfach mal für eine Viertelstunde und dann gehe ich mit dem Pürierstab da durch. Salat de Choufleur habe ich gar nicht. Das ist Blumenkohlsalat. Wenn jede Brokkoli, da wird das Ganze in den Teich eingehüllt und dann frittiert. Ist auch gut. Könnte man auch machen. So, ich mach aber in die Suppe. Ich hab Sahne da, Käse und das wird natürlich geschehen.